Hier in unserem Zentrum ist es uns besonders wichtig, auch Gebärmutterschonende und erhaltende Verfahren anzubieten. Da gibt es ja zum einen das Sonata-System. Matthias, kannst du uns einmal erklären, was es damit auf sich hat? Ja, sehr gerne. Ich habe einmal zur Demonstration die Sonde mitgebracht, damit Sie sehen, dass nur dieser kleine Teil hier vorne überhaupt in die Gebärmutter eingeführt wird. Wie das System und die Behandlung funktioniert, sehen Sie jetzt in dem nachfolgenden Video. Bei der Behandlung wird Sonata durch die Scheide in die Gebärmutterhöhle eingeführt. Diese Methode ist sehr schonend und hinterlässt keine Einschnitte oder sichtbare Narben. Mittels Ultraschall wird das Myom ausfindig gemacht, anschließend erhitzt und damit therapiert. Dies führt dazu, dass sich die Symptome und vor allem die Blutungsbeschwerden in den darauffolgenden Monaten verbessern und die Myome gleichzeitig schrumpfen. Eva, kannst du einmal bitte erklären, wo denn die Vorteile von dieser modernen minimalinvasiven Behandlungsmethode liegen? Zum einen ist das Sonata-Verfahren natürlich sehr gewebeschont. Es entstehen keinerlei Narben oder Defekte in der Gebärmutter. Außerdem ist es relativ zügig gemacht und die Patientinnen sind vor allen Dingen sehr schnell wieder fit auf den Beinen. Im Vergleich zu anderen operativen Maßnahmen sind auch die Komplikationsraten wie zum Beispiel Blutverlust deutlich geringer. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit eines Folgeeingriffs bei Sonata im Vergleich zu anderen Operativmaßnahmen deutlich geringer. Matthias, warum sind wir denn eigentlich so froh, dass wir Sonata hier in unserem Zentrum anbieten können? Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass Sie das wissen, dass wir hier im Krankenhaus für die Behandlung der Myome sehr, sehr viele verschiedene Operationsmethoden anbieten. Und die verschiedenen Operationsmethoden haben alle irgendwo eine Grenze. Nicht nur, wenn es um die Invasivität geht, sondern auch den Zugangsweg. Und gerade die Myome, die in der Tiefe der Gebärmutter sind, sind sehr, sehr gut mit dem Sonata-System von unserem erfahrenen Team zu behandeln. Wir machen das jetzt schon seit fünf Jahren. Aber auch alle anderen Verfahren werden hier regelmäßig angewandt, sodass Sie hier das ganze Spektrum erhalten können.